Italien ist zum 500. Todestag von Leonardo da Vinci im Leonardo Fieber. Das Universalgenie wurde zwar in Italien geboren, starb aber am 2. Mai 1519 in Frankreich. Leihgaben aus Italien nach Frankreich will die populistische Regierung in Rom nicht unterstützen, auch im Louvre. In Paris ist eine große Leonardo-Schau geplant und die Mona Lisa haben sie dort schon. Der Kurator der Ausstellung Die Wissenschaft vor der Wissenschaft in Rom. Einer der Vorteile dieser Ausstellung ist, dass man verschiedene Werke aus verschiedenen Bibliotheken und Institutionen nebeneinander sehen kann. Sie stammen hauptsächlich aus der Vatikanischen Bibliothek und den wichtigsten Bibliotheken in Italien. 500 Events feiern den Maler, Bildhauer, Architekt, Anatomen, Mechaniker, Ingenieur und Naturphilosophen in Italien.